Da 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 Hallo du und hallo Annabelle, guten Morgen Ah, heute haben wir ein Date mit Pauli und wir müssen auf Danas Neuigkeiten warten Ah, damit wir endlich die Ärzte abbauen können Oder besser gesagt, sie die Ärzte abbauen kann Oh, Marley, morgen hast du Zeit? Hast du bei der Versammlung letzte Nacht von meiner Arbeit gehört? Ja, okay, das macht es leicht Aber wie dem auch sei, ich habe eine Aufgabe für dich, Handwerker Der Bürgermeister hat gesagt, dass du für diesen Auftrag perfekt geeignet bist Eine alte Erkundungskarte zeigt, dass es auf dem westlichen Plautero eine Ruinen gibt Die sind momentan allerdings recht schwer zu erreichen Ich möchte, dass du mir einen Aufzug baust Du weißt schon, so einen wie bei euch am Wasserfall Kannst du das für mich tun? Klar, mache ich Also gut, ich habe den Bauplan schon vom Forschungszentrum geholt Bitteschön, lasst mich bitte wissen, sobald alles fertig ist Uh, okay Oh, guck mal, da ist Letztens hat mich ein Besucher aus Walnussheim besucht Er sagte, er wäre die ganze Strecke nach Portia gereist Nur um mich zu sehen Heilige Maistraude Ich werde zur Brüntheit So, unterhalten Früher liefen hier ganz viele KS herum Ja, heutzutage ist es leider nicht mehr so Oder leider Oh, das ist ein wirklich tolles Geschenk, vielen Dank Bei Ark ist es ganz, ganz Ihr könnt so einen Größeren Motor ihn einfach geben Und er freut sich Von Mint Hallo Annabelle, ich wollte mich für deine Freundschaft während meiner Zeit im Portia bedanken Ich weiß das wirklich, wirklich zu schätzen Ich bin mein ganzes Leben lang von einem Ort zum anderen Geist Deshalb ist es schön, mit jemandem befreundet zu sein Bitte nimm diesen Mini-Bohrer als Geschenk unter Freunden an Er kann dir bei deinen Ruintauchgängen bestimmt helfen Viel Spaß, dein Freund mit Ist ja nicht in meiner Stadt Was? Hallo Handwerker Danke, dass du mich und mein Erzförderungsvorhaben unterstützt Ich habe unglaubliche Unterstützung von der Gemeinschaft erhalten Und kann jetzt loslegen Ja, ich habe einen Auftrag für dich Ich brauche ein Förderband In der Nähe der Mine, dass das Erz an die Oberfläche transportiert Damit ich den Betrieb aufnehmen kann Kannst du es für mich bauen und installieren? Ich habe die Baupläne mitgeschickt Ja, schon gut Ich habe das seit einer Weile vorbereitet Haha Ich habe das Gefühl, dass ich niesen muss Aber irgendwie Hallo liebes Kind Ich habe ein paar Was war es noch? Ach, tut mir leid Ich erinnere mich nicht Ich habe es schon verpackt Was immer es war Es dürfte ziemlich gut sein So Wir gehen ganz kurz Direkt mal hier Zu diesem Laden hier Und kaufen da einige Sachen Ach, ist Öffnungszeiten Ja, dann gehen wir erst hier rein Und holen uns eine Quest Eine Daily Die muss nämlich erst mal gemacht werden Zwei Stunden bis zum Spielen, ja? Hallo Oh, schnell Vielen Dank, das gefällt mir wirklich sehr Ja, schnell Schnell Ausstrecke Oh, den wollte ich gerade nehmen Holzbretter Ich nehme den mal Ah, wir haben jetzt einen Bohrer Und wir müssen mal kurz nochmal gucken Ob wir Hier Ach, guck mal Kuckoo ist da Und wir wissen schon, was wir Kuckoo holen können Aromaapfel Oink oink Guck mal 13 plus Aber wir sind echt gut geworden Ja, ich weiß Aber wir müssten eigentlich nochmal kurz Einen Abstecher machen Holz Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht Da sind die Stühle Ratternstühle Irgendwer braucht da Ich glaube, Rasse hatte Nee Presley wollte den hier haben So langsam Ist ganz schön teuer für uns Ich hole noch einen zweiten Presley Presley Der ist eigentlich immer Hier ist er So Guck mal Das ist ein wirklich tolles Geschenk Vielen Dank Ja Ich und meine tollen Geschenke Wir gucken mal auf den Kalender Es dürfte nämlich auch bald hier wieder ein Event sein Und dazu bräuchten wir dann Bei allen ihre Lieblingsvorsuchsdinger da Eine Stunde bis zum Spielen Ja Ich beeile mich Die kaufen wir noch Guck mal Er steht auch schon da Das ist einmal für Mint Und dann brauchen wir noch War das Nee Oh, jetzt müssen wir aber mal Hallo Spiel beginnen Ja Wir gehen einfach hier Und machen mal ein perfektes Date Wenn wir das hinkriegen Ja Schaukeln, mal sehen Das war knapp Und das zwei Da habe ich immer keine Ahnung Wie ich Ha Das hat echt Spaß gemacht Ja Dann gehen wir da nochmal hin Machen wir nur schnell mal kurz Damit wir die Herzchen voll haben Achso, hier war es ja Stop Hui Wuhu Ihr wisst ja Ich bin momentan Dass ich hier auf dem Trip bin Dass ich die Herzchen voll kriegen möchte Ja Dann muss ich mich um meine Daily kümmern Und dann Sehen wir mal Blöd, wenn wir nicht Schon vorher aufhören können Wenn wir hier schon sind Ja Das hat solchen Spaß gemacht Pauli Mal hier hin Abklatschen Abklatschen Das geht nämlich schneller Deswegen gehe ich immer zuerst dorthin Ja Wippen Bisschen Zeit lassen Beim Wippen Das bringt nichts Wir sind einfach So schnell Das hat solchen Spaß gemacht Ja Dann nochmal hier Schaukeln Abklatschen Kannst du dieses mal mithalten Oh oh So So sieht ein perfektes Date bei mir aus Wird er nochmal wippen Wir sind voll die Kinder Hoi Ja Jo Aber ich finde es merkwürdig Dass sie Obwohl Er nicht so viele Herzen hat Der Doktor Dass er trotzdem was von Von mir wollte Ähm Ich dachte Das wird erst freigeschaltet Wenn ich ganz viele Herzen habe Dass die dann anfangen Sich für mich zu interessieren Ich meine Dafür mache ich das doch Ich mache das Um Liebes zu bekommen Es hat solchen Spaß gemacht Das war so cool Vielen Dank Für die tolle Verabredung Wir sehen uns Wir gucken nochmal Sozial Wo steht denn da Pauli Guck mal Wir müssen Alu heute nochmal Erwischen Ist er hier oben Oder ist das nur so Wir können ja Direkt wenn wir hier oben sind Auch mal zum Bohrer Austesten Gehen Aber ich habe gar nicht mehr So viel Platz glaube ich In meinen Taschen Ist vielleicht auch nicht so gut Wir gehen mal da rein Und gucken mal Wie der neue Bohrer funktioniert Komisch dass wir genau dann den Bohrer bekommen Wenn wir ihn eigentlich nicht mehr Brauchen Irgendwie nicht so schön Vielleicht hätte ich mich auch erst Einfreuen müssen Oh ja Das ist auf jeden Fall schön Mit dem Bohrer Das geht viel schneller Und wenn ich jetzt so mache Kann ich einfach Oh ja Das geht natürlich Wirklich schön Dann können wir einfach Die Sachen packen Aber seitlich ist glaube ich Nicht so Cool oder Guck mal Naja auf jeden Fall Irgendwie So funktioniert auf jeden Fall Der Bohrer Ist ja ganz cool Das ist wirklich sehr cool Aber ja Bin jetzt nicht so Der Selbstmacht Typ Das sind ja alles Sachen die ich nicht Dafür habe ich ja Zeit Also könnte ich jetzt mal gucken Was der Bürgermeister von mir möchte Mal sehen Nein Mein Plan für Portias Ökonomischen Aufschwung Ist im vollen Gange Haha Ich bin gerade so aufgekratzt Wie ein kleines Kind Wir fangen gerade erst an So viel Arbeit ist noch zu tun Naja Das Gefühl kenne ich Abendessen mit Freunden Annabelle Da bist du ja Hast du einen Moment Es geht um Mint Klar das klingt leicht Oh wunderbar Ich glaube der Einsturz Hat ihn wirklich beeinflusst Aber nicht im guten Sinne Seit er in der Klinik verlassen hat Arbeitet er besonders hart Aber genau das ist das Problem Er hört einfach nicht auf zu arbeiten Er scheint schon beinahe zwanghaft Ich mache mir langsam Sorgen Ich weiß dass Mint Nicht viele Freunde hat Aber mit dir scheint er sich gut zu verstehen Wenn es dir nichts ausmacht Würde ich euch beide gerne zum Abend Zum Essen mit einladen Wie wäre das Klar das klingt leicht Hervorragend Würdest du ihn Aufsuchen und zum Essen mitbringen Er ist vermutlich beim Gast Sag ihn einfach Es sei dringend Dann kommt er schon mit Okay 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 Oh ich habe da was gesehen Ah Dressing Ich dachte irgendwas cooles Haben wir ihn eigentlich Haben wir schon heute Ja Hey Gus Mint Wir sind gerade für heute fertig geworden Er ist unterwegs zum Forschungszentrum Um über einige unserer Entwürfe zu reden Ich will nicht schon wieder nach ihm suchen Was er tut Ist vermutlich dringender Als der sinnlose Botengang Den Vater dir aufgetragen hat Ah sei doch nicht so Aber wir müssen unser Geld Zusammenhalten Das ist wichtig Und wir müssen auch noch Alu suchen Oh Wir müssen aufpassen Dass die Zeit nicht abläuft Weil wir müssen wirklich Alu ein bisschen So Was Seit wann bist du hier Vergiss es Was gibt es Ich habe gerade ein paar Entwürfe Mit Petra besprochen Die würden eigentlich Ganz gut zusammenpassen Der Bürgermeister möchte dich sehen Er sagt Es ist dringend Ist das so Aber ich habe dir doch noch Ich habe hier noch Dinge zu erledigen Aber wenn Herr Gell Nach mir fragt Oh Peach Er möchte heute Abend mit uns Eine Dringliche Angelegenheit In der Tafelrunde besprechen Das habe ich total vergessen Los gehen wir Oh Ja aber ich muss auch noch Alu fragen Nach Date und so Oh Es ist schon so spät Wo Wo ist denn Diese Alu Oh Ah das ist Jetzt rennt mir Mint hinterher Ich könnte ihn natürlich auch fragen Aber ich wollte doch Ich habe Angst Dass die zum Pärschen werden Lass mal anrümpeln Noch eine Kiste Na toll Mint wundert sich gar nicht Dass ich mit ihm so eine Wege gehe Ja wir machen das einfach so Wir gehen jetzt erstmal essen Und dann hoffen wir Dass wir Alu irgendwo treffen Ansonsten müssen wir irgendwie Morgen den Tag anders verplanen Da seid ihr ja Kommt rein Kommt rein Wir haben so viel zu besprechen Seid nicht schüchtern Das geht heute auf mich Annabelle was möchtest du essen Suche auch etwas für Mint aus Hast du Appetit auf etwas Mint Ich habe irgendwie Lust auf Fisch Wir holen jetzt einfach nur Fisch 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 ein Topf Mit Fischsuppe Wir holen alles was mit Fisch zu tun hat Aber wo halt ausdrücklich Fisch drauf steht Ich weiß nicht wie die das So Lachseintopfel Ja Ja und was zu trinken Wir machen einfach ganz teure Sachen Aber es geht um ihn oder Hat er doch gesagt Buttes Eis Holen wir uns das teuerste Aus der Karte Wir kaufen uns einfach alles oder Weiß nicht Er hat doch gesagt Es geht auf ihn Also können wir hier ruhig So So Geht ja um ihn Also irgendwie denke ich Dass ich das trotzdem Bescheiden muss Aber Es geht auf ihn Ja Haben wir gut gegessen Das war Vervorragend Es gibt nichts Besseres Als gutes Essen mit Angenehmen Menschen Das mich besonders Überrascht Mint Ich habe noch nie so Gespräche erlebt Annabelle muss Einen guten Einfluss Auf dich haben Ich wünschte ich hätte Das früher gewusst Herr Gail Bitte Ah Nun ich würde Unser spontanes Entspannungstreffen Als vollen Erfolg Beseichnen Die Telesis Von Portia Braucht euch beide In Höchstform Oh Darum geht es also Aber ich fühle mich Jetzt tatsächlich Viel besser Danke Annabelle und Herr Gail Ich schätze es gibt Mehr im Leben Als nur die Arbeit Ach Jugend Manche Dinge Ändern sich nie Aber danke Dass du auf ihn Aufpasst Annabelle Bitte sei auch In Zukunft Ein Freund Für ihn Will er mich Verkuppeln? Ne Wir müssen Morgen Irgendwie Da ist auf jeden Fall Mint Wie spät ist es denn 17 Uhr Wir gucken noch mal Ob wir Alu finden Teddy Wohin Ist da Ist da Alu Ist da Alu Sehe ich ihn Hallo Ich habe Marley schon vorher getroffen Das war als ich die Einstiegsprüfung Für die Gilde abgelehnt Abgelegt habe Ich bin durchgefallen Sie war da Ist keine schöne Erinnerung So Ich schenke ihm ein Schwert Wenn ich das Schwert finde Ein echt großartiges Schwert Ich kann kaum erwarten Es auszuprobieren Warte Er will nicht Warum will er nicht Er möchte mit mir kein Date haben Alu Ich bin echt Echt enttäuscht Nun gehen wir halt Mit jemand anderes Daten Mit wem könnten wir dann Daten Ich weiß mit wem Krass Hallo Ja ja Ist ein guter Partner Lass uns morgen Ja Haben wir morgen Ein Date Mit Gast Sehr schön Ich meine ich versuche dir jetzt einfach mal die Herzchen voll zu bekommen Damit ich Kopf für andere Sachen habe Ich kümmere mich gar nicht mehr um andere Sachen Wir müssen noch unser Daily machen Oh nein 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 Ja hier sind eh keine Steine mehr zum Abklopfen Was brauchten wir? Holz Irgendwas Missionen Holzbretter So Zwei haben wir schon Also Ja Können wir morgen bestimmt direkt abgeben Dann ist das schon erledigt Ich sage es ist erledigt Dann ist das erledigt Ja So sieht es aus Noch kurz die hier streicheln Damit sie wissen Ich liebe sie Ah Kacke aufsammeln Das muss auch noch gemacht werden So Denn hier Honig Ich weiß Honig ist jetzt nicht so lecker Wenn ihr nur Honig bekommt von mir Aber Ja Das muss reichen Das muss reichen Leute Was wollte ich hier machen? Achso Holz Holzbretter Besser gesagt Holzbretter Davon brauche ich noch drei Ich stelle das her Drei Stunden ist es fertig Okay Fertigung abgeschlossen Das geht so nicht Wir brauchen hier eine Holzkohle Dann müssen wir mal anfangen Uns die Sag mal durchzugucken Die Pläne So viel immer zu tun Leute Auftanken muss ich noch nicht Wir gucken mal hier Montage Was sollen wir dann als nächstes anfangen? Ich würde sagen Wir machen die Erzproduktion weiter Wir gucken noch ganz kurz Aluminium Legierungsgerüst Okay Und Aufzug Das hat beides Keine Zeitlimits Wenn ich das richtig sehe Ja Also können wir erst mal Dieses Aluminium Dings Bums Durchkriegen Auch Suck hier Und ein Förderband Brauchen wir auch noch Also Ja Aber wir machen erst mal Das Gerüst Fertig Hartes Aluminium Aluminiumplatte Edel Vom Mixer Ähm Okay Habe ich Da habe ich einen Mixer Erde Von Landschaft Steinabbau Was? Zio Lida? Woher gibt's das? Zio Lida Gucken wir mal danach Dann brauche ich Ich weiß gar nicht Brauchten wir Die Holzbretter Hm Okay Ich habe komplett vergessen Was wir hier überhaupt brauchen Nein So spät schon Zement Eisenholzdielen Aluminiumplatte Hartes Aluminium Wir gucken einfach mal Ob wir irgendwas Davon haben Zinnlegierung Ist nicht das Was ich suche Hartes Aluminium Hier haben wir das eine Denn Eisenholzdielen Ich muss das mal da hin War das Ne Aluminiumplatte Oder war doch Wir gucken einfach mal Wir gucken einfach mal Ob das schon mal passt Ja Machen wir halt erst Das da fertig Ne Zement haben wir auch nicht Haben wir doch So Aluminiumplatte Wie sieht das aus? Haben wir davon schon welche? Auf tanken Ja Machen wir mal Dann ist der Auch schon mal Wir gucken morgen mal Wie wir Die beiden anderen bekommen Dann ist das auch schon Mal erledigt Und ich wünsche euch eine gute Nacht Schlaf schön Baba Bis morgen Dann ist das auch schon mal Dann ist das auch schon mal Und ich wünsche euch eine gute Nacht